Naja? Sondern? Bro, noch besser. Ist genauso schlimm. Oder in Japan oder so. Und warum lassen sie mich dann nicht dick lernen, die Huren suchen? Oh mein Gott, nervt das mich. Wenn die schon aus China sind, dann lassen sie mich... Warum lassen die mich nicht dick lernen? Luca, chill mal. Denkst du? Oh Gott, es ist so schlimm.